Der hekelste Punkt ist das Öl, oder? Ja. Und dann könnte das ein Bleu sein. Ein Scheinwerfer, das kommt drin. Die Bremsen wissen wir schlussendlich auch nicht. Oder die sind neu geworden. Gut. Noch ein Differenzial. Das weiss nicht, wann wir ihn kehren. Am liebsten hätten wir hier noch stehen. Das weiss nicht so, aber... Das Differenzial habe ich nicht darunter gelassen. Muss ich schon noch mal schauen. Das ist noch ein Fett. Das ist noch ein Fett. Das muss er sein. Gut. Das ist noch ein Fett. Das Stosstempel könnte auch nicht gut sein. Das ist noch ein Fett. 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 Das ist noch ein Fett.